In den letzten Wochen in der Kampfvorbereitung, erst die sichere Defensive, dann der Angriff, ein paar gute Hände hatte er im Ziel. Auch in Runde 6 zur Halbzeit des Kampfes liegt der Herausforderer vorn. Aber ein Wirkungstreffer von Erel Jues kann dem Kampf sofort eine Wendung geben. Und der Kampf! Oh ja, schwerer Treffer! Voll in den Konter reingelaufen! Zum ersten Mal! Ist Ereljus am Boden? Kann er sich davon nochmal erholen? Blutet heftig aus der Nase. Kampf wird nochmal freigegeben. Was macht jetzt Hernandez? Setzt er nach? Sucht er jetzt die schnelle Entscheidung? Ein Trommelfeuer und das Handtuch ist da. Der Kampf ist entschieden. Aus dem Nichts hat er hier seinen ersten Titel erhofft. Ereljus ist geschlagen. Und da hat man die ganze Klasse auch von Joan Pablo Hernandez gesehen. Uli Wegner freut sich. Das sind fast tränende Augen. Er hat an diesen Jungen immer geglaubt. Er hat auch diesen schweren Rückschlag überstanden. Ereljus schwer getroffen von der linken Schlaghand. Und jetzt kann er wieder lächeln. Joan Pablo Hernandez im Kampf. Auch konzentriert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ereljus geht nach vorn in den Mann. Und läuft dann in die linke Schlaghand von Hernandez hinein. Und dann kommt nochmal der kurze linke Haken zum Kopf. Und das war die Entscheidung des Kampfes. Auch wenn dann Ringrichter Smoger den Kampf nochmal freigegeben hat. Aber so schnell konnte sich Steve Ereljus nicht erholen. Und dann kam völlig zurecht und Gott sei Dank das Handtuch aus der Ecke von Joseph Germain. Der sofort gesehen hat, dass es keinen Sinn mehr hatte für Ereljus. Da das Handtuch im Ring. Und das auch das Zeichen für das Ende des Kampfes. Da das copyrights. Aber Vielen Dank.